Namaste, Namaste. Jetzt komme ich auch noch zu einer sehr spannenden, interessanten Rudraksha, die Naga Rudraksha. Sie ist ähnlich wie die Ganesh Rudraksha. Die Ganesh Rudraksha hat ja diesen Vorsprung. Die Naga Rudraksha habe ich jetzt nicht vorrätig, weil die ist sehr selten. Und sie hat wirklich so einen Vorsprung wie eine Schlange. Leider auch hier, wie viele dieser besonderen Rudrakshas, halt auch sehr gerne und sehr oft gefälscht. Daher natürlich auch da muss ich gut gucken, woher kriege ich die. Es gibt also ganz freche Fälschungen. Ich habe eine Zwei-Augen-Rudraksha zum Beispiel jetzt letztens in Indien gesehen. Einfach mit einem ganz schlecht aufgeklebten, mit einer aufgeklebten wie so eine Schlange halt vorne dran, teilweise auch eingraviert. Also es ist wirklich so grottenschlecht gemacht. Ich sehe es halt total. Ja, aber die Leute fallen drauf rein, kaufen das und denken halt wirklich, naja, das ist jetzt echt eine echte Naga Rudraksha. Das ist sehr, sehr selten. Also so eine richtig gute, echte Naga Rudraksha hat schon sehr, sehr viel besondere Energie. Wie der Name sagt, hat die Naga Rudraksha. Naga ist die heilige Schlange. Ein Fortsatz, der genauso aussieht wie eine Kobra, also was heißt genauso, aber hat wirklich diese Kobra-ähnliche Energie. Diese sehr seltene und kostbare Rudraksha ist extremst mächtig und äußerst kraftvoll. Daher soll man sie nur an dem Putscherplatz aufbewahren. Also die ist nicht zum Tragen, die ist nicht an dem Körper halt haben. Der Besitzer braucht weder Geldknappheit noch Schlangenbisse zu befürchten. Ganz interessant. Selbst wenn eine Schlange beißt, sagt man, der Besitzer von einer Naga Rudraksha wird von dem Gift nicht attackiert werden oder wird nicht von dem Gift sterben, sondern das Gift wird transformiert und er wird widerstandsfähig gegen diese Energie. Wohlstand, Ruhm, glückliches Eheleben werden, das Leben erfüllen. Sehr hilfreich wirkt sie übrigens hinaus bei astrologischen Problemen durch den Einfluss von Rahu und Keto oder Keto. Also Rahu oder Keto. Planet ist zusätzlich nochmal dazu Sonne, Chakra, Solar, Plexus-Chakra und ganz interessant Energie, Shiva und Nag-Devata. Also es gibt tatsächlich Devatas, die verbunden sind, also Gottheiten, die verbunden sind mit Positiven, muss man dazu sagen. Es gibt auch negative Schlangenenergien. Das sind positive Energien, die aus dem Erdinneren kommen. Da gibt es verschiedene Arten von Rassen und es gibt welche, die sind Menschen sehr, sehr wohlgesonnen. Es gibt Menschen, die sind denen, wie die Reptus vielleicht schon mal gehört, sehr negativ zugestimmt. Das sind diese positiven Devatas, das heißt, die haben ein hohes Bewusstsein, die haben Rechtschaffenheit, die haben eine Stärke, eine positive Kraft und geben das auch gerne weiter, ja, geben diese Kraft gerne weiter. Daher ist sie aber auch sehr, sehr selten. Das ist fast so ein bisschen wie eine Ein-Augen-Rudraksha finden. Ja, also das ist schon, also eine echte aus Nepal oder so eine 21 Augen oder 20 Augen. Also wenn man da auf der Suche ist, dann muss man schon wirklich Zeit mitbringen und auch ein bisschen das nötige Kleingeld, um sich dann so eine echte Rudraksha auch leisten zu können. Meistens kommt sie dann auch wie die Ganesh-Rudraksha-In mit fünf Augen. Aber sie ist dann halt auch ganz, ganz häufig auch was ganz Besonderes, dass sie eben dann doch zum Beispiel sieben Augen hat oder sechs Augen. Oder ich habe auch schon eine gesehen, sehr abgefahren, eine 15 Augen mit einer Cobra dran. Puh, also die Natur macht schon ganz wunderbare Sachen und interessante Kombinationen auch, wenn man dann drüber nachdenkt, okay, 15 Augen ist Herzheilung, ist bedingungslose Liebe verbunden mit dieser Energie. Was macht das jetzt? Auf den Träger ist es natürlich schon noch sehr, sehr interessant, was für positive, hohe Schwingungen da halt dann auch freigesetzt werden. Das ist wirklich eine Glückssache, ob man in so eine Rudraksha kommt. Wie gesagt, ich habe Kontakte. Ich habe auch Kontakte zu Yogis, die Rudrakshas suchen richtig, die auch sie selbst suchen im Wald und auch wissen, wo die wachsen. Es gibt ja auch Farmen, es gibt auch Rudraksha-Farmen, also wo die sozusagen geerntet werden. Das ist nochmal was anderes, als wenn die wild gefunden werden. Das hat nochmal eine andere Power, nochmal eine andere Kraft. Wie sie findet, woher man sie hat. Also sehr interessant. Ja, also das sind so diese ganzen besonderen Kraftobjekte und dazu gehört die Nagarudraksha auf jeden Fall auch, eins der ganz besonderen, kraftvollen, heiligen Sammlerobjekte. Namah Shivaya.